Ja, ich habe letztens mal geschrieben auf LinkedIn, Stuttgart blüht auf. Woran liegt es? MacDreams ist jetzt auch hier in meiner Heimatstadt angekommen. Ja, also für uns eine riesen Chance gewesen. Eins der schnellsten Projekte, die wir je realisiert haben. Von Erstkontakt im November bis Eröffnung im September, also innerhalb von einem Jahr. Das kennen wir eigentlich sonst nicht, weil wir normal immer im Neubau ansässig sind. Und jetzt zum ersten Mal eine Conversion von einem alten Ibis gemacht haben oder machen. Ja, du siehst, wir sind ja mitten auf der Baustelle, wir sind mittendrin. Sitzen noch auf Ibis-Stühlen, glaube ich. Genau, sitzen noch auf den restlich grünen Ibis-Stühlen. Und genau, Konventieren ist hier gerade in Rekordzeit von sechs Wochen das komplette Haus. Wir haben es zum 1.8. vom Eigentümer übernommen, der es zum 31.7. von Arco übernommen hat. Und ja, mega spannendes Projekt und das macht riesig Spaß. Und es war alle Vollgas gebunden und voll mit dabei. Und von daher glaube ich, dass sich der Markt Stuttgart definitiv auf unser cooles Produkt hier freuen kann. Ja, und mit, glaube ich, 133 Zimmern auch 131. 131 ist eines der größeren Objekte, glaube ich, bist du da. Also München Flughafen ist unser größtes, da haben wir 145 Zimmer. Der Rest liegt ja so immer um die 100 Zimmer. Aber das von der ganzen Infrastruktur her ist es definitiv für uns auch nochmal jetzt ein bisschen eine Veränderung. Wir haben unten ja auch eine Bar und es gibt einen Frühstücksraum, den wir wiederum aber an den externen Betreiber fürs Frühstück weitergeben und wollen dann so eine Allgemeinfläche unten schaffen, die wir unsere Gäste dann eben auch nachmittags, abends nutzen können. Und da verweilen, ein Bier trinken. Es gibt eine Bar von uns am Abend auch. Und nee, das, glaube ich, wird für uns definitiv nochmal so ein bisschen so ein McDreams Plus werden. Aber super coole Herausforderung und freuen wir uns riesig drauf. Ja, und so im Hintergrund kann man schon ein bisschen das Produkt erkennen. Genau, da suchen wir schon ein bisschen was. Wir haben ja alles hier in Stuttgart, gleich in der Nähe vom Hotel ist die älteste Bauhaussiedlung Deutschlands und dann diese Bauhausarchitektur hat sie hier. Ich wohne drei Minuten davon entfernt. Ja, du hast ja gesagt, du bist hergelaufen. Genau. Zusammen mit meinem Bruder, der ja schon immer bei uns so den ganzen Designpart übernimmt und dann immer das in den IT-Tourbüro fordert und der hat die ganz schön gefordert hier und haben hier auch die Herausforderung gehabt, dass wir ja dann erst einen Pachtvertrag im Ende März hatten und wir wussten, okay, wir müssen ja dann schon in die Planung, in die Bestellung und allem gehen. Also in Rekordzeit haben wir das dann alles geplant und ich denke, das ist aber mit Abstand jetzt unser bestes Produkt, das wir ja bisher auch umgesetzt haben. Spannend. Du hast deinen Bruder gerade schon erwähnt, den ich ja auch kenne. Inwieweit sitzt der Vater noch am Tisch, mit dem es ja damals losging. Wir sind ein Familienunternehmen, genau. Ich habe es zusammen ja mit meinem Vater gegründet vor 15 Jahren und mein Bruder, der hat ja noch promoviert, ist promovierter Kommunikationswissenschaftler und da haben wir gesagt, ein Doktor braucht jede Firma und komm doch bitte dringend zu Make Dreams und von daher kommen wir ihn dann für uns gewinnen und ist auch ein sehr, sehr wichtiger Part bei uns in der Company, ja. Ja, komm, lass mal kurz so am Anfang bleiben vor 15 Jahren. Wie ging es da los? Ich glaube, das ist eine spannende Geschichte bei jedem Familienunternehmen, dass es zu so einer Reife auch schafft dann irgendwann. Ja, wir hatten eine Idee und dann natürlich auch viel Glück, dass wir jemanden gefunden haben, der die Idee das erste Mal mit uns umsetzt. Wuppertal war das, glaube ich, ja. Genau, in Wuppertal. Wir wollten A, nur reine Kernleistung und Übernachtung machen. Wir wollten da schon sehr weit viel auf Technologie setzen und wir wollten so ein bisschen, damals gab es ja noch das Motivwunder nicht in der Form, wie es es heute gab, sondern eher noch so dieses E-Bus-Budget-Style hatten die ja auch. Wir wollten das Ganze nochmal ein bisschen in Schicker machen und nochmal in zentralere Lagen kommen und haben dann eben gesagt, das ist eigentlich für uns ein gutes Konzept, wenn wir uns mit Handel oder so Fachmarkt in Innenstadtlagen kombinieren, oben drauf gehen. Untendrin haben wir einen Bäcker, die bieten das Frühstück an und wir können auch die Parkplätze gleich mit nutzen. Und aus der Perspektive sind wir reingestartet und haben da ja auch die nächsten Standorte so weiterentwickelt. haben wir jetzt aktuell acht Standorte und hat dann schon mit München Airport angefangen, dass das ein Standalone war und jetzt zieht sich mit Stuttgart weiter, weil wir da einfach auch sagen, als Familienunternehmen, wo wir enge Entscheidungswege haben, sind wir dann auch so flexibel zu sagen, hey, okay, das ist ein cooles Projekt, das ist eine gute Lage, das funktioniert, rechnet sich und dann machen wir das auch so. Also wir hängen da jetzt nicht an einer bestimmten Form, aber klar, diese Vorteile dieser Mixed-Use-Immobilie, die sind nach wie vor extrem da. Da haben wir Riesenspaß dann auch dabei, weil alle Services da sind, da müssen wir nichts selber anbieten und können uns wirklich auf die Übernachtung konzentrieren und das ist dann schon eigentlich das reine Konzept. Ja, und dann kommt unter dem Strich so ein Satz raus wie guter Schlaf kann auch günstig sein. Ja, klar. Wenn man einfach auch guckt, was kann man weglassen, was muss man jetzt nicht selber verantworten. Du kommst ja vom Technologieanbieter, von daher weißt du es ja, ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Baustelle in der Hotellerie und die Personalkosten sind über die letzten Jahre extremst angestiegen. Jetzt kannst du es entweder in den Übernachtungspreis umsetzen oder wie wir in Technologie und probieren die Personalkosten dementsprechend irgendwie auf dem Level zu halten von vor x Jahren und sozusagen die Erhöhung auszugleichen mit dementsprechend mehr Technologie und dass das die Technologie abfängt. Und wir haben dahingehend festgestellt auch, dass unser Team, das ist ja schon ultralang dabei und alles, was wir dann aber so an Quantität dazugeholt haben, das hat gar nicht immer funktioniert, bis die eingearbeitet waren und da waren dann oftmals auch einfach nicht so viele dabei, die dann auch so performt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt haben wir unser Team zusammen, wir haben da wahnsinnig viele Experten, die bilden wir in den Bereichen aus und weiter. Und die sind dann wirklich topfit und können die Technologie betreuen und das hilft uns schon extrem weiter. Und am Ende könnt ihr sagen oder einen Abpreis kommunizieren, glaube ich, von nach wie vor 29,99 Euro durch den Kampfpreis. Das können wir in Stuttgart nicht machen, aber sagen wir mal, selbst wenn wir hier in dieser City-Lage schon irgendwie ab 50 Euro rausgehen, dann ist das ja schon auch ein absoluter Kampfpreis. Und klar, hier zuvor im Ibis gab es 19 Mitarbeiter, bei uns wird es drei geben. Das ist dann schon ein leichter Unterschied. Und das heißt aber für den Gast nicht, dass er jetzt weniger Guest-Experience hat, weil über die tolle Like-Magic-PWA kann er easy einchecken, muss an keine Rezeption warten, bekommt alle Daten, die er hat, kann hier auch, wir haben mit Hefele zusammen ja hier die Schlösser auch mit installiert, sodass wir dann auch über Knopfdruck oder über Swipe die Zimmertür öffnen können. Wir setzen natürlich auch wieder im Background wahnsinnig viel KI ein. Wir haben ja mit OnSite zusammen da über das letzte halbe, dreiviertel Jahr wahnsinnig viel entwickelt, von Telefonie angefangen über schon in die Prozesse reingegangen, was wirklich sensationelles Produkt jetzt geworden ist, wo Jochen ja jetzt mit seinem Team nochmal weiter in die Sales rausgeht, weil es so verdammt gut geworden ist. Und ja, das hilft uns und delastet uns und damit können wir es. Und wir haben dann halt trotzdem die Bar mit unseren Hosts geöffnet am Abend und die kümmern sich halt untertags dann auch ums ganze Haus, schauen, dass die Prozesse im Haus laufen, schauen, dass die Zimmer sauber sind, kümmern sich um Probleme, was weiß ich, Vandalismus, Raucherzimmer, sonstige Themen, die einfach in so einem Haus täglich anfallen. Unser Host ist eigentlich dann schon fast wie so eine Rezeptionsleitung und am Abend steht er halt nicht an der Rezeption und checkt die Leute ein, sondern quatscht mit den Leuten beim lockeren Bier und hilft ihnen am Check-In-Terminal, sollten sie es bis dahin noch nicht geschafft haben, online einstecken, beziehungsweise aber du kennst ja das Produkt, eigentlich ist es ja so einfach, aber manche haben dann doch noch mal ganz selten ein paar Probleme. Ja, kam damals auf den tollen Namen MacDreams, war das der Vater, warst du das oder warst du der Doktor? Tatsächlich kann ich das jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen, ich glaube wir haben das so gebrainstormt und das war so diese Mac-Zeit damals, gab es ja das MacFit, MacGuides etc. Und der große Vorteil, als wir das dann auch so genannt haben, war wir hatten von vornherein einfach gleich eine Marke, das Mac strahlt sofort eine Marke aus und aber auch dieses kostengünstig-preisbewusste, also jedem war gleich klar, okay, das ist jetzt nicht nur ein Einzelneshotel, sondern das wird mal eine Hotelgruppe und die sind auf einen günstigen Preis aus. Von daher sind wir da nach wie vor eigentlich ganz glücklich mit unserem Namen. Bei einer Qualität, sage ich mal, die man eben natürlich auch an allen Orten zu erwarten hat, was das in so einer Systemgastronomie wie McDonalds eben auch ausmacht. Ja, also ich denke, die Qualität ist bei uns richtig hoch. Ja, wir setzen überall auch nur die besten Materialien ein. Wo wir halt einsparen, ist die Fläche. Ja, wir haben halt keine 35 Quadratmeter im Zimmer, sondern wir haben halt bloß irgendwie 16. Ja, aber was wir auf den 16 Quadratmeter machen, da unterscheiden wir uns sicherlich nicht vom Fünf-Sterne, sondern legen eher manchmal noch einen drauf, weil gerade was bei uns das Wi-Fi und TV-Entertainment und alles kostet, ja, da sind wir schon, denke ich, führend, ja, pro Zimmer, weil wir da wirklich auch Wert drauf legen, weil was sind die Kernmerkmale einer Übernachtung? Ja, ich möchte ein super bequemes Bett, also gibt es ein schönes, bequemes Boxspringbett. Es gibt, ich muss dann am Abend arbeiten oder will entertaint werden, deswegen brauche ich einfach ein 1 Gigabit Glasfaser mit besten Anknüpfen, möglichst viele Access-Points, dass hier alles läuft und dann brauche ich natürlich einen großen Flat und ich möchte dann, wenn ich hier meinen Sky-Go habe, möchte ich jetzt nicht auf meine kleinen Dings und ich möchte es irgendwie übertragen können, ja, und das haben wir hier auch umgesetzt und das sind, glaube ich, so bei Entertainen die wichtigsten Sachen. Klar, da möchte ich am nächsten Tag irgendwie gut duschen und möchte einfach vernünftig, komfortablen Schlaf bekommen und das bietet mir trotzdem an, ja, trotz des kleinen Preises, ja. Ja, also wollte ich gerade sagen, trotz verhältnismäßig günstigem Preis, sage ich mal, und niedrigeren Umsatz vielleicht, als vielleicht andere, die gemacht werden können mit 131 Zimmern, investiert ihr einfach ganz bewusst in die eine oder andere Richtung, die euch wichtig ist, die am Ende dem Gast auch wichtig ist. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, da müssen wir halt Abstriche machen, das ist schade. Vielleicht fehlen wir da irgendwann nochmal eine Lösung zu, oder? Ich glaube, nicht mal im Bereich Nachhaltigkeit, das wäre, glaube ich, auch... Genau, also wir haben alle Green Science zertifiziert auf Level 4, also ich glaube, da geht nicht mehr so viel mehr. Klar, Level 5 wäre schön, aber ich glaube, das ist dann schon einfach nochmal, da musst du dir von Anfang an die Immobilie wirklich so planen, dass du komplett energieautark bist und das ist dann halt in unserem Preissegment auch schon wieder schwierig, weil wir natürlich relativ viel warm Wasser auf einmal durchschießen und da bräuchte es eine relativ große Photovoltaik mit Wärmepumpen, die aber mit Legionellen wieder Probleme haben. Also diese Haustechnik-Part beschäftigen wir uns immer massiv, weil klar, die Nebenkosten sind eine zweite Miete und das musst du auch immer von vornherein bedenken, wenn du in ein langfristiges Pachtverhältnis reingehst. Das hast du vorher schon gesagt, Moto1 gab es in der Form noch gar nicht, als ihr gestartet habt. Stichwort Budget, Budget-Hotellerie. Ist ja von auszugehen, dass das auch nach wie vor einfach ein Markt der Zukunft ist, ne? Ja, Budget-Hotellerie ist ja noch nach wie vor unterversorgt im Markt, wenn wir uns jetzt Vergleichsmärkte anschauen. England, Frankreich, die haben ja irgendwo Marktanteile fast um 50 Prozent und wir liegen in Deutschland, glaube ich, immer noch unter 10 Prozent. Und man wartet ja eigentlich schon, dass wir irgendwie Richtung 30 Prozent zumindest kommen. Und dass ich denke, es wird wie bei allen Märkten sein, es wird sich so ein bisschen in die Richtung entweder ganz teuer Luxury oder eben dann günstig entwickeln. Und klar werden die Budget-Hotels natürlich auch ein bisschen kannibalisieren von so kleinen Gasthöfen, Pensionen, Hotel Garnies, die einfach auch natürlich diesen starken Renovierungsstau haben oder dementsprechend Nachfolgeprobleme haben. Ich glaube, da wird sich auch einiges tun. Und klar, wir haben halt den Vorteil mit 130 Zimmern oder mit 100 Zimmern am Standort, wir haben eine ganz andere Systematisierung dahinter. Und bei uns, damit haben wir auch für den Gast ein ganz anderes Erlebnis. Und ich glaube, das ist auch das, was die Gäste dann schätzen an den Budget-Hotels. Und ich meine, so die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, höhere Preissensibilität, Reisebudgets etc. spielt natürlich euch und dem Segment weiter in die Karten. Ja, definitiv. Also wir merken es schon momentan auch, dass ein extremer Preisdruck da ist, dass wirklich, wenn du zwei Euro nochmal den Preis senkst, kriegst du über Nacht nochmal 50 Zimmer Pickup auf dem Haus. Und auf das musst du reagieren können, musst die Kosten dafür im Griff bekommen. Und das haben wir jetzt auch nochmal über das letzte Jahr extrem, waren wir da hinterher, uns da so aufzustellen, dass wir auch diesen Weg gehen können. Wenn ihr dann Stuttgart hier erobert habt, was wären noch so ein, zwei weitere Standorte, wo du sagst, da müssen wir noch hin? Wir haben ja einen Pachtvertrag unterschrieben, da sind wir dabei, das jetzt umzusetzen. Dann in Würzburg sind wir auch noch dran, in Köln sind wir auch Pachtverträge unterschrieben. Ja, und so Step by Step, wir müssen ja nicht, wir sind nicht getrieben von irgendeiner Equity vor, der irgendwie sagt, wir müssen um das und das wachsen. Wir haben Spaß am Wachstum. Ich bin jetzt ja auch jeden Tag selbst hier auf der Baustelle und koordiniert das, weil wir auch da so agil sein wollen und das Ganze selbst in der Hand haben, wie wir was machen. Und hätte ich das hier in einem Ingenieurbüro gegeben, die hätten mir gesagt, ja, für dasselbe mindestens vier Monate. Und du hast sechs Wochen, glaube ich, vorhin erwähnt. Sechs Wochen inklusive Zimmer reinigen und allem. Das heißt eigentlich, in Realität haben wir hier ja ein Akku-Produkt übernommen, das fürchterlich aussah mit so gesprengelten Wänden, so tiefe Sprengelputze drauf und allem. Und das haben wir alles runtergeschliffen, grundiert, tabiziert, Böden neu rein, Decken neu gestrichen, hier die ganzen Möblierungen neu. Also es sind schon etliche Arbeitsschritte und dafür sind diese vier, fünf Wochen Arbeitszeit plus noch eben die Reinigung, ist das schon, denke ich, eine Rekordzeit, können wir auch sehr, sehr stolz auf uns sein. Aber auch alle in der Company machen mit. Also wir haben auch noch eine Umfrage gemacht, wer möchte am Montag kommen, die Bettenlieferung und möchte hier nur so ein bisschen beim Feintuning dann mitmachen von den ersten Etagen. Und es war Rekordanzahl an Leuten, alle Dreamies wollen da mit dabei sein. Ich glaube, es kommen am Montag fast 15 Leute, um da zu helfen, zu unterstützen und auch hier das neue Haus kennenzulernen und hier dann auch in den Prozessen mit zu unterstützen. Es gab auch von den anderen Hosts in den anderen Staaten und sie würden hier gerne die Leute einarbeiten. Und das ist schon auch schön zu sehen, was wir da aufgebaut haben, welchen Teamgeist und wie alle da ehrgeizig sind, halt auch weiter zu wachsen. Also am Ende ein echtes, wenn auch relativ junges, Familien zu nehmen. Also was einfach seinen Weg gefunden hat, seine Nische und da jetzt mit allen zusammen seinen Weg geht. Genau und so wollen wir eben weiter wachsen und dann schauen wir mal, wie viele Standorte wir es bringen. Ich habe ja gesagt mal, ich würde es schon noch gerne irgendwann mal verdoppeln, jetzt über die nächsten Jahre und sehe da schon auch viele Chancen. Aber klar, muss dann auch immer vieles passen. Wir haben Standorte, manchmal dauern sie halt ein Jahr wie hier, Rekordzeit, bis hin dann, sodass man sich einen Standort über zehn Jahre zieht, bis er dann entsteht. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Gab es so seit Gründung bis heute auch mal so Phasen bei euch in der Familie, im Familienunternehmen, wo ihr gesagt habt, jetzt wird es schwierig oder herausfordernd? Wir haben den großen Vorteil, dass wir schon von Anfang an wirklich klar die Arbeitsbereiche verteilt haben. Mein Vater kommt ja aus der Immobilienwelt, das heißt, es war ja schon von Anfang an klar, so dieses Immobilien, diese Standortentwicklung, das ist sein Steckenpferd. Und der Christoph Klar, als promovierter Kommunikationswissenschaftler, hat natürlich dann diesen ganzen Teil, Vertrieb, E-Commerce, Marketing, Kommunikation und dann auch die ganze Designkomponente hat er sozusagen dann übertragen bekommen und hat da definitiv auch seine Stärken und hat da, denke ich, ein wahnsinnig gutes Gefühl für Design und für Farben und für Marke, die wir so entwickelt haben über die letzte Zeit. Hat da sicherlich auch stark geholfen, das Produkt zu dem zu machen, wie es heute da ist. Und klar, ich bin schon irgendwie immer so in allen Bereichen drin gewesen, habe irgendwie alles koordiniert, bin natürlich auch bei Standortthemen unterwegs, zum Beispiel hier in Stuttgart lief komplett nur über mich, aber klar, diese ganze Operative und so weiter betreue ich schon von Anfang an und habe das so mit aufgebaut und habe natürlich da auch immer super Leute, die die da unterstützen. Und von daher ist das so gut aufgeteilt, dass man sich da, glaube ich, nicht in die Quere kommt. Jetzt haben wir es schon angesprochen. Ich bin ja Stuttgarter, kenne somit auch hier die Ecke, die Nachbarschaft gut und kann bestätigen, dass ihr hier einen extremst spannenden Standort habt, der davor eben ein Ibis war. Warum dann kriegt ein McDreams den Zuschlag? Ich glaube, dass wir tatsächlich mit unserem technologischen Ansatz da den Eigentümer stark überzeugt haben. Ein Eigentümer ist ein Immobilienfonds, wird von dem Münchner Büro verwaltet, dementsprechend, und gab eine Ausschreibung. Klar, zum Schluss müssen die Zahlen auch halbwegs passen, aber ich denke, da sind wir immer mit unseren Pachtansätzen wettbewerbsfähig. Und dann waren wir aber tatsächlich nicht der Meistbietende, sondern einfach, klar ist es auch für so einen einfacher, wenn du Leute hast, mit denen du sprechen kannst und nicht irgendwie sieben Vorstandsentscheidungen brauchst. Und zudem natürlich auch, dass wir gesagt haben, wir können in kürzester Zeit hier Miete generieren. Und wir übernehmen selbst den Umbau. Das sind natürlich so Parameter, die dann auch nochmal dazu führen, wo jemand sagt, okay, ich muss gar nicht ins Baurisiko gehen, sondern die kümmern sich um alles. Die haben ihre festen Truppen, die gehen einfach durch, machen das neu. Und ich habe quasi das Rundum-Sorglos-Paket und kriege in kürzester Zeit wieder Miete und Rendite. Und von daher, glaube ich, war das zum Schluss so das Gesamtpaket von uns, A, das zukunftsträchtigste Produkt, bis hin zu dem, dass wir da ein gutes Gesamtpaket dann abgegeben haben. Spannend, also zu hören. Aber klar, am Ende sind es diese kurzen Entscheidungswege, die da mit überzeugen, aber eben auch die Digitalisierung. Das heißt, Digitalisierung kann auch, und ihr hebt ja hervor, weil das ist ja fester Bestandteil der DNA von McDreams, am Ende mittlerweile den Unterschied machen. Ich denke gerade für solche Immobilien, wo man sich dann schon irgendwie langfristig zukünftig ausrichten möchte, überlegt natürlich schon ein Investor auch, okay, was haben die für ein Produkt und wo geht der Gesamtmarkt hin? Und dieses klassische Drei-Sterne-Hotel mit vielen Mitarbeitern und vielen Flächen, das ist eher das, was Probleme bekommen wird, während eben kompakt, wenig Personal, gute Prozesse im Hintergrund, und das ist das, was sich weiter ausbreiten wird. Und da haben wir halt schon die letzten Jahre sehr, sehr stark vorgearbeitet, ja, und haben natürlich dann einen gewissen Wettbewerbsvorteil, aber die anderen werden ja auch dementsprechend hinterherziehen, klar, und auch müssen, weil es die ganze Kostenstruktur bei allen gar nicht mehr anders hergibt. Also, sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass ich jetzt schon mal hier reinschauen durfte. Ja, du warst schon ganz neugierig. Ich war schon neugierig. Ich wohne ja gleich neben dir, aber kann ich immer hier auf der Baustelle vorbeikommen und sage, du komm vorbei und dann bist du halt reingeschneid. Ich bin hier im Arbeitsdress, weil natürlich ist es einfach viel, viel Themen da, deswegen bin ich den ganzen Tag immer gut eingespannt und packe auch an, wenn es irgendwo Not am Mann ist, und aber macht auch riesig Spaß, weil wenn man sonst immer nur im Büro sitzt und gar nicht sieht, was man so eigentlich dann erschaffen hat, ja, ist das hier relativ schnell sichtbar, wenn man irgendwo Steckdosen verteilt hat oder wenn die Schreiner kommen und die ersten Räume entstehen, dann kriegt man relativ schnell eine gute Rückmeldung auf das, was man sich so alles überlegt hat. Ja, wir haben so ein kleines Unterformat im Hotelpodcast namens New in Town und dann würde ich sagen, wenn das hier alles fertig ist, machen wir mal eine schöne Haustour mit Bild und Ton. Das machen wir gerne. Du kommst gerne nochmal vorbei. Das machen wir. Dann ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen ruhiger wie heute. Heute hier so ein bisschen zwischen Tür und Angel auf den alten Ibelstühlen, aber dann machen wir mal, wenn alles fertig ist, kommst du mal Mitte, Ende September nochmal vorbei. Sehr gerne. Und dann machen wir eine Haustour und trinken dann gemeinsam ein schönes Stuttgarter Hofbrüll unten in der Lobby. Ausgezeichnet. Ich sehe, du kennst dich aus, du bist angekommen hier in Stuttgart und jetzt für die nächsten Wochen. Ja, das ist lang, aber wir haben natürlich, weil wir sonst ja keine Bar haben, sind wir nicht die Oberbar-Profis, aber haben wir natürlich gleich hier eine Blindverkostung mit den ganzen Handwerkern gemacht, haben wir die verschiedenen Stuttgarter Biersorten hergeholt und das Stuttgarter Hofbräu hat sowohl beim Pils wie beim Hellen gewonnen. Ausgezeichnet. Also dir, deinem Team, eure Familie und da gehören ja alle. Wie hast du vorgenannt? Dreamies? Die Dreamies. Die Dreamies dazu, alles Gute. Ich freue mich, wenn es dann fertig ist. wieder reinschauen zu dürfen. Danke dir, Dominik. Danke. Bis bald. Bis bald. Ciao.